So Leute, guten Morgen zusammen erstmal. Ich habe natürlich eure ganzen Kommentare gelesen. Erstmal danke an alle, die uns generell gegenseitig helfen wollen. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Es geht natürlich wie immer, immer noch um Schatten, Ruby. Denn einige haben jetzt noch herausgefunden, beziehungsweise Sexy Nutella hat herausgefunden, dass man über einen bestimmten Link quasi selbst in den Shop reinkommen kann vom Epic Launcher. Ich werde euch auch mal zeigen, wo ihr da genau hingeleitet werdet. Das sieht dann genau so aus. Dort könnt ihr dann auf Bestellung abschicken gehen. Ich habe das Ganze natürlich jetzt auf dem PC geöffnet. Wie es bei euch auf dem Handy aussieht, kann ich euch natürlich jetzt nicht genau sagen. Aber der Link scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Denn gefühlt jeder andere YouTuber benutzt diesen Link auch gerade im Moment. Wie lange das Ganze noch funktioniert, kann ich euch nicht sagen, weil es soll ja eigentlich exklusiv für den PC sein. Und nicht unbedingt jetzt für alle. Aber natürlich versuchen alle es zu umgehen und versuchen sich den Skin zu holen. So natürlich will ich euch natürlich auch nicht die Möglichkeit verwehren, dass ihr auch die Möglichkeit habt, genau diesen Skin hier zu bekommen. Ich habe den dann gestern noch gerade freigeschaltet. Video dazu auch schon alles hochgeladen. Also wie gesagt, den Link dazu packe ich euch einmal in die Kommentare, pinne den Kommentar dann an und gehe auch gleichzeitig hin und schreibe es euch in die Videobeschreibung. Also wie gesagt, geht in die Videobeschreibung, probiert den Link aus. Es sollte eigentlich funktionieren, aber ich gebe wie immer keine Garantie darauf, weil das nicht von mir selber ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr kriegt den Skin und haut herein. Ich hoffe, ihr kriegt den Link. Ich hoffe, ihr kriegt den Link.